Hallo zusammen, hier ist der Bärtige Björn und es gibt mal wieder eine Diamant-Waffe zu sehen. Und heute behandeln wir die Ballista, das ist die dritte von den vier Snipern. Ja, und das ist die einzige Sniper, die man ohne das Visier verwenden kann. Und da dachte ich mir, um mal ein bisschen Abwechslung wenigstens in die Snipers reinzubringen, kann ich das ja mal tun. Deswegen gibt es die Diamant-Ballista ohne Visier. Also offene Visierungen heißt es, Dingsbums glaube ich. Und man muss gleich sagen, das Ding so zu spielen macht wirklich Spaß. Die Ballista ist die Sniper, die ich verwende, wenn ich einfach nur Spaß haben will am Snipen. Und das aus mehreren Gründen. Erstens, ich kann sie ohne Visier verwenden, das ist schon mal sehr fucking awesome. Macht einfach Spaß. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich gut, würde ich sagen, weil man immer noch fürs Anlegen, glaube ich, genau gleich lang braucht. Also dadurch hat man schon mal keinen Vorteil. Aber es macht einfach Spaß irgendwie. Es ist eine absolute Long-Range-Waffe, die aber irgendwie ausschaut, als ob es nur zwei Meter reichen würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Also macht unglaublich viel Spaß, weil es doch ohne Visier ist. Das einzige Problem, das ich damit habe, ist halt, dass man bis zur Waffenstufe 15 da kommen muss mit der Waffe, um dann das offene Visier verwenden zu können. Aber, mein Gott, man muss halt die Waffe nicht prestigen, oder dann prestigen wir halt die Waffe nicht, wenn man dieses offene Visier behalten will. Aber es gibt noch eine Besonderheit an der Ballista, die dazu führt, dass ich die einfach sehr gerne benutze. Ähm, und das ist das, die, äh, Aim, keine Ahnung, mein Gott, Weihnachtsnoobs, die Lobby war so witzig. Ah, schön war's. Ähm, ich komm vom Thema ab. Äh, wo war ich? Ah, genau, äh, die, die Zeit, die man braucht, damit das Visier oben ist, also Zoom-In-Zeit, was auch immer. Ihr wisst bestimmt, was ich meine, bis man halt angelegt hat mit der Sniper. Äh, da ist die Ballista, äh, hat die kürzeste Zeit, also die ist am nächsten, äh, oder am ehesten für Quickscopen geeignet. Viele Leute mögen die Ballista aber nicht so, weil sie die DSR 50 davor benutzt haben und die DSR 50 viel weniger Hitmarker bekommen. Deswegen vernachlässigen viele diesen Fakt, dass die Ballista rein theoretisch besser wäre. Wenn man immer in die Brust oder höher schießt, wäre die Ballista die bessere Wahl, weil sie eben schneller anlegt und man da viel dickere Feeds raushauen kann und bla, was weiß ich noch alles für euch, Quickscoper da draußen, für euch, XXZ, Z, Fakie, Z, was weiß ich alles. Ihr wisst bestimmt. Ähm, genau, nochmal hier kurz zum Gameplay. Ich, es ist auf Turban, Team Deathmatch und ich glaube, okay, hier ist mein zweiter Tod, ein Tod kommt, glaube ich noch. Es ist jetzt nicht wirklich über Gameplay, aber wie gesagt, ich werde mit diesem Ding nie die Megascores reißen und es ist einfach nur, um Spaß zu haben. Jetzt kommen wir mal noch kurz dazu, äh, zu sagen, wie komme ich am schnellsten dazu, diese Waffe auf Gold, beziehungsweise Diamant zu kriegen. Also, ich habe ja schon gesagt bei der DSR 50, dass die Sniper bis auf die SVUS am meisten Spaß machen, auf Gold zu bringen, äh, weil man damit verhältnismäßig einfach diese ersten sieben oder acht Challenges, ich weiß nicht, wie viele das sind, kriegt. Und das ist auch hier bei der Ballista natürlich nicht anders. Da muss man 250 One-Shots kriegen. Es ist ein bisschen komplizierter als mit der DSR 50, weil man, äh, theoretisch weniger kriegt, aber das ist so minim, ne, so minimal der Unterschied. Also, das ist eigentlich wirklich kein Problem. Ähm, genau, also die anderen Challenges, das habe ich auch im letzten Video schon gesagt, sind nicht wirklich besonders, ähm, schwer. Die könnten sich ein bisschen hinziehen, wenn man ein Problem hat, fünf Kills ineinander zu kriegen, aber, wie gesagt, mit ein paar Kumpels, mit einer einfachen Lobby, wenn man mal Glück hat, da geht es schon mal. Also, das, da wird man nicht ewig brauchen, das ist alles gut hinzukriegen, und das sollte man eigentlich schon machen, weil, snipen in diesem Spiel ist supergeil, und die Diamant-Sniper sehen alle ziemlich geil fett aus. Also, wirklich, das, Black Ops 2 snipen in diesem Spiel, ich liebe es, also, ich meine, das andere Gameplay ist ganz cool, das ist alles ganz okay, aber snipen, heilige Scheiße, ist schon richtig, richtig fett. Muss ich schon mal sagen. Das fühlt sich einfach irgendwie so, von dem ganzen, wie sich alles, das Gesamtpaket anfühlt, ist einfach wirklich, wirklich geil. Und tut mir leid, dass ich jetzt gerade gehe, aber ich bin vor einer Stunde aufgewacht, und jetzt ist es halb zwei Uhr morgens. Äh, wie ihr wisst, das war gerade, also heute, wenn es hochgeleid wird, ist es wahrscheinlich zweiter Januar. Äh, also war gerade Silvester, ich habe durchgemacht, und dann ein bisschen gepennt, und jetzt ist es halb zwei Uhr morgens, und ich bin topfett. Also, gibt, glaube ich, keine bessere Zeit, um mir das zu machen, ich liebe diese Ruhe. Äh, diesmal nicht in der Nacht so hat, wenn man einfach, wenn nichts anderes ist, das ist schön hier. Genießt mir kurz die Ruhe. Einträchtig. Okay, gut, zurück zum Killen, jetzt, was kann ich noch zur Überliste sagen, ähm, wie sollte man diese Waffe verwenden? Ähm, also die DSR 50, äh, habe ich ja gesagt, habe ich da über was dazu gesagt? Ich weiß nicht, aber ich sage jetzt auf jeden Fall mal, falls ich da zur DSR 50 nichts gesagt habe, sage ich jetzt mal ein bisschen was Allgemeineres zum Snipen. Ähm, bitte, wenn ihr snipet, seid nicht diese nervigen, oder, was heißt nervigen, doch, sie sind nervig. Diese nervigen, campenden Sniper, die irgendwo hinten, irgendwo ganz hinten am Ende der Map sitzen, also wirklich, ganzes, ganze Spiel da hinten in der Map sitzen, und immer nur in den Gegner spawnen rein snipe. Ich meine, es ist, es ist nichts falsch dran, den Gegner spawnen rein zu snipen, das versteht mich jetzt nicht falsch, aber das ganze Spiel da zu sitzen, ein Team Deathmatch vielleicht noch geradewegs annehmbar, aber in jedem anderen Modus, in Herrschaft, Abschluss bestätigt vor allem, campende Sniper, vor allem fürs Team, zum Kotzen. Das sind nur Gratis-Kills für den Gegner meistens, weil die meisten Sniper in Black Ops 2 ist wirklich nicht so, die Oberkings sind ab und zu, trifft man meinen, aber meistens haben die es nicht wirklich so extrem drauf, muss man mal so sagen. Und wenn dann diese Typen einfach nur hinten im Egg rumhucken, keine Flaggen einnehmen, keine Dog-Tags sammeln, gar nichts in die Richtung, das ist nur noch nervig, also, wirklich bitte, snipet richtig, bewegt euch, versucht halbwegs aggressiv zu spielen, um, ähm, Dog-Tags und Flaggen einzeln nehmen, und wenn ihr, äh, und dazu, wenn ihr dann irgendwie in Häuser reingeht oder so und nicht die besten Quicks-Gruppe seid, so wie ich, dann hier nehmt einfach Pistols mit. Pistols auch in dem Spiel richtig, richtig gut, da kann man schon mal gegen, äh, alles gewinnen, also, wenn man halbwegs schnell einen Triggerfinger hat, oder, ich mein, braucht man gar keinen Triggerfinger, die Cap-40, die man irgendwie Level 40 oder so freisch haltet, diese G-18 im Zukunftsmantel ist ja supergeil, also, da braucht man nicht mal einen Triggerfinger, also Pistols einfach mitnehmen, und dann bewegen beim Snipen, Dog-Tags und Flaggen einnehmen, und nicht ein absoluter Arsch sein und überhaupt nichts tun, also, das ist mal meine Bitte an euch, und sonst einfach Spaß haben, dann, dieses Spiel ist da, um Spaß zu haben, und das ist dann ja schon wieder alles, das Gameplay ist jetzt sogar fast zu Ende, äh, hier hab ich noch einen Tarn-Heli, das sind hier noch ein, ich weiß es nicht, ihn kill ich auf jeden Fall noch, und, mach ich den Final-Kill noch noch, ich glaub schon, glaub ich mach, nein, ich mach den Final-Kill nicht, aber, ich glaub, 36-3 oder 35-3, naja, ganz netter Score, äh, okay, die Lobby war jetzt nicht die spannendste, okay, es ist Turbine, die Map ist scheiße, wissen wir alle, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, deswegen, bis zum nächsten Mal nicht vergessen, stutzen, und...